In diesem Video zeige ich dir, woher Unsicherheit tatsächlich kommt, was dagegen hilft und wie du typische Prozesse verändern kannst. Hallo ihr Lieben, hier ist wieder der Michael von jetztselbstsicher.de. Ja, woher kommt eigentlich Unsicherheit und wie können wir sie besiegen? Nun, es gibt mehrere Ursachen, mehrere Gründe, warum wir unsicher sind. Nummer eins ist der Urinstinkt. Denn nicht nur der Stärker hat überlebt, das heißt ja oft, der Stärkere hat überlebt. Ja, das ist die Darwin'sche Evolutionstheorie. Aber das alleine hat nicht gereicht, weil wenn der Stärkere zu riskant war, zu mutig war und sich auch jeder Gefahr gestellt hat, dann wurde er gefressen, getötet oder hat sonst irgendwie nicht überlebt. Das heißt, natürlich ist das Stärkere wichtig gewesen, aber es ist auch wichtig gewesen, immer diese Vorsicht, diese Angst vor gefährlichen Situationen, diese angeborene Unsicherheit und das Zugehen, vorsichtige Zugehen auf unbekannte oder womöglich gefährliche Situationen. Das ist also sicherlich der erste Grund, warum wir überhaupt überlebt haben und der erste Grund, warum wir unsicher sind. Der zweite Grund ist, dass wir Prägungen haben. Prägungen, weil wir in unserem Leben Dinge erlebt haben, die uns in irgendeiner Form, ich will jetzt nicht gleich das große Wort der Traumatisierung, wobei auch das natürlich vorkommen kann, aber die uns in irgendeiner Form eben geprägt haben. Wir haben also ein negatives Erlebnis gehabt, das heißt, dass wir ausgelacht wurden, dass wir etwas nicht erreicht haben, uns geschämt haben. Sehr häufig ist das verbunden mit Scham, mit Peinlichkeit, mit Zurückweisung, mit dem Gefühl von Liebesentzug. Das sind so die hauptsächlichen Dinge, die da immer wieder eine Rolle spielen und die dazu führen, dass wir eine negative Prägung in der Form bekommen, dass wir das versuchen in Zukunft zu vermeiden. Stell dir vor, du bist irgendwann im Alter, sagen wir mal, von sieben Jahren oder von zehn Jahren ausgelacht worden, bei einer bestimmten Tätigkeit, in der Schule beispielsweise. Das ist etwas, was sehr, sehr vielen passiert ist. Dann wirst du, wenn dich das geprägt hat, hat Gott sei Dank nicht jeden geprägt, aber wenn es dich geprägt hat, dann wirst du den Rest deines Lebens immer versucht haben, alles zu vermeiden, was dich in eine ähnliche Situation bringt. Auch dann, wenn du es gerne getan hättest oder wenn es dir große Stücke zum Erfolg oder zum Glücklichsein beigetragen hätte. Das heißt, da sind wir so vorsichtig dabei. Das dritte, wodurch wir unsicher sind, ist unsere Erziehung. Wir werden mit vielen verschiedenen Aussagen in unserer Erziehung dazu gebracht, unsicherer zu werden, obwohl das keineswegs die Absicht der Eltern ist. Also beispielsweise so Dinge wie, sei immer schön bescheiden, spiel dich nicht in den Mittelpunkt, halt dich immer schön zurück, führt dazu, dass wir uns nicht mehr trauen, offen auf andere zuzugehen, aus uns rauszugehen, uns zu zeigen, vielleicht auch mal uns zu verkaufen im Sinne von unserer Leistung, unser Können zu verkaufen und zu zeigen, was wir auch Gutes können. Und noch mehr, das heißt, das sind so Dinge aus der Erziehung. Andere Sachen aus der Erziehung sind auch, dass Kinder permanent gesagt werden, sei vorsichtig damit, mach das nicht, pass auf, du fällst gleich hin, das ist gefährlich, das darfst du nicht anfassen, etc. Natürlich müssen Eltern uns das sagen als Kinder, das ist ja ganz selbstverständlich. Das Problem dabei ist nur, dass unser Unterbewusstsein nicht differenziert zwischen einer Kleinigkeit und einer großen Sache und aus jeder Kleinigkeit eine Riesengefahr sieht. Und deswegen ist das auch ein weiterer Grund, der dritte Grund, warum wir sehr häufig unsicher sind, die Erziehung. Der vierte Grund ist, dass wir innere Bilder haben. Bilder haben vom Scheitern, Bilder haben von Gefahren, von dem, was passieren könnte. Und das müssen nicht mal unsere eigenen Erlebnisse gewesen sein, die uns geprägt haben. Das können auch beobachtete Erlebnisse sein, was anderen passiert ist. Wo andere in einer Situation war, die ihnen oder vielleicht generell peinlich waren, die dazu geführt haben, dass sie ausgegrenzt wurden, dass über sie negativ geredet wurde oder ähnliches. Oder aber auch Dinge, die wir einfach nur aus den Medien oder aus der Presse kennen. Das heißt, Bilder, wo wir erlebt haben, beispielsweise, da ist irgendetwas passiert, worüber die Bild-Zeitung oder sonst irgendwer berichtet hat. Und diese Bilder setzen sich jetzt in den Kopf. Und wir wollen nicht, dass uns sowas passiert. Flugzeugabsturz, Hundebiss, Überfall, Vergewaltigung etc., Unfall, all diese Dinge. Und das lässt uns dazu bringen, dass wir vorsichtiger sind, dass wir unsicher sind, dass wir Situationen vermeiden, die vielleicht wichtig wären, unseren Erfolg und unser Glück zu erlangen. Das sind die Ursachen. Und wenn wir das wissen, wissen wir auch, wo wir ansetzen können, auch wo nicht. Aber wir wissen dadurch, wo wir ansetzen können. Und da gibt es dann jede Menge Möglichkeiten. Denn die allermeisten dieser Dinge sind erlernt. Das hast du ja schon rausgehört. Und was wir erlernt haben, können wir auch verlernen. Und auf diesem Weg wünsche ich dir ganz viel Erfolg. Vor allem gib nie auf. Es wird immer besser. Alles Liebe dabei. Unsicherheit entsteht erstens durch den Urinstinkt. Das ist so gegeben, auch wenn wir vieles davon heute nicht mehr brauchen. Zweitens durch die kindliche Prägung, das, was du in deiner Kindheit, in deiner Jugend erlebt hast und dich geprägt hat. Drittens durch die Erziehung deiner Eltern, aber auch deines Umfeldes, der Gesellschaft etc. Und viertens durch innere Bilder, die du hast, die du selbst erlebt hast oder die du irgendwo in den Medien zum Beispiel aufgeschnappt hast und die bei dir entsprechendes auslösen. Wenn du das kennst, weißt du jetzt, wo wir dran etwas ändern können, wo wir es verbessern können, damit du deine Unsicherheit reduzierst und verlierst. Wenn dir diese Tipps gefallen haben, dann abonniere jetzt diesen Kanal und lade dir das kostenlose E-Book 5 Zaubertricks für dein Selbstbewusstsein herunter. Ich habe es für dich geschrieben. Ich habe es für dich geschrieben.